Wo werden wir denn... Ach, ihr Iron. Loll! Ah, jetzt bin ich wieder hier! Sehr schön! So... 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 Ähm... Er ist eine Kackspinne! Aua, endlich zwei gegen eins, das ist unfair! Oh Gott, ich sterb gleich, ich sterb gleich, ich sterb gleich, ich sterb gleich! Weck, 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 weck... Oh! Schade, du bist nicht gestorben! Ja, das ist ein Creeper, komm her! Ne, du sagst das falsch, das ist ein Creeper! Oh! Hinter mir war auch ein Creeper! Passiert! Ich habe gemerkt, er war zum Glück nur hinter mir! Ey, da ist Eisen! Oh Gott, mein Spesak ist gleich im Arsch! Hm... So... Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich das Aluminium gefunden habe, ach doch da... Joli? Ja? Drück mal F3 und H gleichzeitig! Was? F3 und H? Gleichzeitig drücken, ja! Ja, und jetzt? Und schon mal auf dein Schwert oder sowas! Mit der Maus! Also, geh in dein Menü und dann schon mal auf Maus! Mit Maus auf, geht uns! Ja! Ja! Ah, jetzt wird mir das angezeigt! Paddy! Das wurde mir früher nie angezeigt! Was? Ne! Durability! Ja! 65 von 131! Ja! Ey, du bist ja wohl einfach müde! Nö! Wie mache ich das wieder weg? Mit F3 und H! Nö! Jans einfach! Na! Ah doch! Ja! Passt alles! Creeper! 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 Oh, da hat er nur ein Leben! Äh! Oh, sehr schön! Regeneriere nicht nur und hab vier Leben! Ich glaube, ich geh wirklich zu Hause! Mach das! Warum droppen? Ich schaffe kein Essen! Quack! Das wird zum glücklichen Tag! Das ist schon mal schön! Alles Positives! Was kommt denn da raus? Einmal ein Quertus Quarz und einmal ein Quertus Quarz! Quarz! Das! Nö! Oder da schnummelt einer! Kommt da raus, bekommt man Silikon oder sowas? Ich weiß nicht mehr, was für was zu... Und was genau braucht man da? Oder für was? Genau, irgendwie für was! Das weiß! Ehe nicht mehr! Müssen wir uns jetzt Tutorials angucken und alles! Nein! Das war nicht immer alles so! Wir müssen einfach nur reinlesen! Ganz Angelegenheit! Das ist ein Rubberbaum! Das ist ein Rubberbaum! Jawoll! Das ist ein Rubberbaum! Das ist ein Rubberbaum! Also in meiner Hölle habe ich fast gar nichts gefunden! Ich finde hier total viel! Hm! Wenigstens einer von uns! Da ist doch auch nochmal Kupfer! Das ist ein Rubberbaum! Ja! Das ist doch! Ja! Das ist doch! Ich glaube, Lava macht mehr Licht als alles andere, oder? Nein! Nein! Wir kommen sonst noch drauf! Gesehen! Ich glaubst doch noch mehr! Wenn mich nicht alles täuscht! Hm! Sicher? Mhm! Als Lava! Ja! Du und die Scheiß-Killette! Aua! Der hat die abgeschossen! Ja, sicher! Du schießt zwingrecht nach oben! Willst du mich an den Farschen? Ja, sicher! Wir sind Rubberley von 112! Oha! Hä? Hä? Wo ist das andere Skelett? Hä? Ja! Ich brauche Cobblestone! Äh, Mami! Zumachen! Ja! Havi Hummel! Havi Hummel! Havi Hummel! Havi Hummel! Tin! Tin, habe ich hier! Weil sie macht es jetzt jetzt Sinn, einfach eine riesen Rohstofftour zu machen oder immer mal wieder kleinere! Das macht schon Sinn, anfangs richtig, richtig scheiße viel zu fahren, oder? Ja. Weil sonst willst du wahrscheinlich irgendwas bauen, hast du nicht und musst jetzt irgendwie auf Suche gehen. Ja, und es nervt auch. Oh, so hat schon mein Handy vibriert. Oh, ich muss den in die Auge mal als Vibrator, oder? Ja. Macht dann immer am meisten Spaß. Das Ding kommt da hin. Dann machen wir jetzt nur noch schnell eine Kiste. Ah, der wieviel hier ist? Oh, gar nicht so viel. Du musst mal zu mir kommen, da ist unglaublich viel. Ich bin doch vor dem Haus. Weißt du? Oh, Aluminium muss ich so erbauen. Ähm... Ich fang mal gleich ein bisschen mit Kisten sortieren, dann. Warum haben wir hier schon mehrere Kisten, oder was? Ja. War neben gebaut. Da oben kommt mal das, da da... Reicht das Holz, oder? Ja, klar, reicht das Holz. Kripper! Oh Gott. Alter, wie der Brausrastest. Ja, weißt du, macht's neben dir einfach mal zzzzz. Ja und? Das ist schlimm, wie Five Nights at Freddy's das Spiel hat. Alter, das gibt's auf Minecraft, gell? War das Five Nights at Freddy's? Ja. War fast klar. Freddy, wir müssen das mal wieder spielen, gell? Fick dich. Blö, scheiß Dreck. Und so, Lina hat gesagt, sie freut sich wieder, wenn sie bei mir ist, dass wir es wieder spielen können. Ja, total. Glaube ich dir auch sofort. Lina, hast du ein Fan von? Ja, es ist nicht mehr schon die inhalierte Spiel schon. Scheiße. Oh, sie wird uns dafür hassen, glaube ich mir. Lina guckt das bestimmt gar nicht. Meinst du? Also, genau die Folge schauzt, ey. Na, scheiße. Lina hat so viel Zeit gar nicht. Nein, die doch nicht. Kommst du da drauf, dass sie keine Zeit hat? Also, wir haben genug Rubber. Glaube ich dir nicht. Es gibt doch auch so eine Maschine, wo aus einem Rubber drei macht. Es gibt so eine Maschine, wo aus einem Raw Rubber drei Rubber macht. Nein. Doch, habe ich beim Pizzo mitgesehen. Nein. Gibt's nicht. Doch, ich kann dir nachher den Namen sagen, wenn du willst. Ausverkauft. Ausverkauft. Bestimmt ein Meserator oder sowas, oder Pulver Reiser. Doch, ich glaube, doch, ich glaube Meserator ist es. Der macht's doppelt raus, glaube ich. Wir haben viel zu wenig Platz. Oder viel zu viele Bäume.